So, das ist der Kameramann, Thorsten Breuer, der hier für das Licht zuständig ist, für die Kamera, für die ganzen Abläufe im Kameradepartment. Thorsten, hallo! Jetzt kommt schon Thorsten. Ein Satz, ein Satz, Thorsten. Was ist das Lichtkonzept? Es gibt kein Lichtkonzept. Achso, hier jetzt, oder was? Ja, ich meine, um eine Morgendämmerung zu produzieren, wo die Sonne aufgeht und das haben wir aber schon gedreht und jetzt, das ist eine Morgendstimme.